Um im Skiurlaub der Gefahr durch Lawinen vorzubeugen, sollten Sie am besten nur auf den gekennzeichneten Pisten fahren. Außerdem sollten Sie auf Geräusche unter dem Schnee achten, die auf Gefahren hinweisen. Zudem sollten Sie immer jemanden mitnehmen. Befinden Sie sich in einer Lawine, versuchen Sie seitlich herauszufahren. Machen Sie Schwimmbewegungen. Wenn die Lawine zum Stehen kommt, formen Sie mit den Händen einen Hohlraum vor Mund und Nase. Untertitelung des ZDF für funk, 2017